Wir wirfen einfach mal rein in eine Runde Herrschaft auf Carrier. Das ist so eine gewöhnungsbedürftige Map, weil sie nicht so ausgeglichen ist. Es gibt auf dem Deck so ein bisschen oben halt viel zum Verstecken. Oh, die Runde hat echt gerade angefangen. Und es gibt halt noch unten so viel Schnulli. Das ist auch gut so. Das ist nicht so gut. Okay, die Gegner sind alle gerade da drüben. Alle sehr B-orientiert. Hier sind ein Haufen Sniper. Nein. Den konnte ich noch messern. Für eine Drohne hätte es ja bei mir auch gerade gereicht, aber für mir nicht. Komm, hier kommt gerade eh keiner. Ich nehme auch noch Charlie mit. Ich hole mir die Punkte auch noch. Ich habe sie gesichert. Der Feind hat es. Ich habe sie schon. 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 Ganz sneaky, einfach hier unten durchkriechen Okay, der ist schon down Dröhnchen, cool Wir verlieren C, das ist natürlich nicht ganz so geil Kommen jetzt halt von C und wollen Richtung B, die Leute Ja, sehr schön Kommen wir gleich mal raus Hat auch gleich einen Kill gemacht Die hauen wir mal dahin Auf gut Glück Ich hoffe wir werden nicht wieder gekillt, bevor die Vorräte hier sind Was ja ganz oft passiert Ja, die kommen von meiner Seite, von C Ja, Hunter Killer, nehmen wir mit Wir verlieren C Ach, da war noch mehr Was ist denn da los? Komm, fangt Ja voll Läuft doch Das lustige ist, wenn der Gegner nicht weiß, wo du bist, aber du weißt, wo er ist Hier hat nämlich einer ein Orbi rausgehauen Was ziemlich nice ist So ein Orbital-Satellit ist schon böse, Alter Du weißt nämlich, wo die Gegner schimmeln Hunter Killer ist bereit Das ist zwar schon mal sehr schön Hellstorm bereit Und Vorräte bereit Drei-Fach-Kill Ohne Kicks habe ich auch noch Ich schmeiß mir da auch mal eine Kiste hin Ich hoffe, die kommt safe an Alter, 17-2 What the fuck, Alter Und ich rede immer von Hackern und so weiter Und spiele gerade selber so gut wie eine Na Doch vielleicht die Drohne nehmen sollen Hier wird nicht gegeiert Nein Scheiße Wurde ich geneift Der Todbringer braucht halt echt lange, ne Einfach mal über den Plan mähen hier Kommt ja noch eine Runde Das war erst die erste Runde Alter, 20-3 What the fuck Ah gut, meine Hellstorm hat ja auch einen Triple-Kill wieder rausgehauen, ne Ich meine, es geht, ne Ich habe eine höhere Abschlussserie und ich habe sie erreicht Was schon mal krass ist Ja Gut, dass das nur in meiner Kiste ein Todbringer drin war, war nicht ganz so glücklich Achso, ja, unser Ziel ist ja gleich hier vorne Das ist ja schön für den Feind Was haltet ihr eigentlich bis jetzt von meiner Klasse, von der Tryhard-Klasse hier? Das ist ja meine neue Lieblingsklasse Kommt schon wieder die ersten Sniper Da habe ich angesehen Ich wurde geblendet Scheiße Hat nicht gereicht für meine Abschlussserie Schade, schade Schokolade Aber 21-4 Aber 21-4 Ich meine, ich kann bis jetzt mit allem leben, ja Und ich mag meine Minen Ja, meine Minen sind schon geil Da war gerade einer Immer noch Kommt jetzt hier rum Okay, scheint schon tot zu sein Okay, jetzt sind sie hier hinten Gespawnt Alle Mann Leg dich doch nicht immer hin Ah, ich musste nachladen Na Aber es läuft in meinem Team komplett so gut Bei mir läuft es gerade Man könnte jetzt behaupten Bei mir läuft es schlecht Weil ich jetzt öfter sterbe Wie in der ersten Runde Okay, geht hier vorne raus Okay, hat er gemacht Sehr nice Charlie, saveen wir mal mit Einfach mal reinhalten Manchmal Okay, die spawnen schon wieder hinter uns Ah, keine Chance Wir verlieren Charlie Ist das in Ordnung Ich sehe gerade die Gegner Komplett auf der Map verteilt Alter, wer haut denn hier schon wieder ein Orbi raus Ist ja der Wahnsinn mit den Jungs hier Ja, Sieg 23-6 Kann man machen Finde ich gut Da sehen wir noch eine Abschusscam Ach, da war einer am Geiern Sowas passiert, wenn man geiert Ja, also auf die Helis schießt Wird man halt erschossen Sehr schön, sehr schön 267 Wir haben hier ganz schön abgefrühstückt Ich weiß nicht Ob hier alles mit rechten Dingen zuging Aber ihr habt es ja gesehen In der ersten Runde Habe ich die ja auch weggemäht Wie sonst was Die Gegner waren einfach kacke, glaube ich Lief gut, lief gut Erreichen Sie 30 Blutrünstig-Medaillen Sehr schön, sehr schön Sehr schön Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde Bei Call of Noob 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 Erreen von Noob 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 No cum Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde Von Startp forgotten